So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Krampus' Home und der Elf war gerade hier. Okay, ist er hier irgendwo? Ne, ne? Kann ich hier das holen? Okay, tschau, da kann er nämlich nicht hin, soweit ich weiß. Ahaha, ausrüsten. Jetzt kann ich noch mal die Wasserpistole ausrüsten. Ahaha, okay. Okay, okay, ist er weg? So, hallo, kann ich noch mal hoch? Hmhmhmhm, hmhmhmhm. Okay, ah, weiss glaube ich, was zu tun ist. Aber, aber, oh nee, 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 aber, aber. Inventar. Welcher Schlüssel ist denn das? 909 Aャ, äh, ich habe Angst. nicht ausrüsten kann ich jetzt die wasserpistole und was ist mit dem schlüssel ok 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 alles klar oh mein gott Kommt da jemand wieder? Okay, ich rüste die mal vorsichtshalber aus. Ja ne, da komm ich ja nicht weiter, ne? Ja, da geht es nicht weiter, okay. Ja, da muss ich definitiv da runter. Oh Mann, wo ist ein Elfi? Okay. Oh Mann. Wow, okay. Ausrüsten der Waterpistole. Yes. Ist der da irgendwo? Okay, no. Yes, er hat mich nicht gesehen. So langsam wird es nicht. Echt anstrengend. Was ist das? Oh Gott. Kommt Elfilein wieder? Ich weiß es nicht. Kommt er? Kommt er nicht? Kommt er? Kommt er? Kommt er? Kommt er? Kommt er nicht? Oh mein Gott. Kommt er nicht? Als wenn das andere nicht schon schlimm genug wäre mit den Eierköppen! So, warte mal. Nenne ich das jetzt so, ne? Okay, und schau, ich bin mal noch mal drunter. Dann kann der Eierkorb noch mal kommen. Oh Mann, das muss ich heftigst, das ist heftigst anstrengend. Kommt der Elf jetzt? Aha, 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 sehe nix, ja? Kann ich da jetzt runter springen? Oh mein Gott. Wenn ich jetzt da runter springe, was war denn da nochmal? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Okay. Geronimo! Okay. Okay, ich bin geschützt. Oder? Ach nicht, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ey. Scheiße. Ich röste aus, ich röste aus. Was für einen Schlüssel habe ich denn jetzt? Die 300... Ne, Quatsch, 900. Nein, was habe ich denn mit der 300? Warte mal, 24, 25, also da runter. Irgendwie in die Richtung muss ich, aber ich muss den Elf aufpassen. Ich muss auf den dummen Elf aufpassen. Oh no, oh no, oh no. Kann ich unter den Tisch da? Okay, und schau. Das ist was. Na. Kann der mir das Haar anhaben? Bitte nicht. Mhm. Also wenn ich unter Schreibtisch und so ein Scheiß bin, kann der mir glaube ich nix anhaben, oder? Ach so. Oh Mann. Du hast nix gesehen. Wo kann ich denn doch noch n Ding runter schrauben? Dahin irgendwo, oder nicht? Okay, da ist der Elf. Oh, ich hab schießen, der Buchsmann. Jetzt kommt der Vogel wieder. So lang. Hm. Es rennt ja da lang. Oh, super. Ich glaube, da lang muss ich. Hm. Warum hab ich den Scheiß Elf so wach gemacht? Oh Mann. So. Ich halte das jetzt mal ein bisschen im Auge. Der ist jetzt oben. Okay, der Elf ist da lang. In meine Richtung. Okay. Hä? Oh mein Gott. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen langweilig für euch. Du denkst, das ist ja blöd, gell? Oh Mann. Und deswegen sind die Waschbecken da, dass ich die scheiß Pistole, aber ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich raste aus. Wo ist denn der jetzt hin? Mhm. Mhm. Scheiße. Mhm. Ja, muss ich jetzt wieder zurück? Nein, ich muss anders lang. Warte, da oben irgendwo. Oh, fuck. Okay, ich kann mich doch langbacken. Wo muss ich denn da jetzt hin? Ich dachte, ich muss zurück, aber wie komme ich jetzt runter? Ah, meine Waffe, ey. Das ist so krass. Das ist so krass. Die 909. Oh Mann, ist doch alles zu kotzen. Ehrlich. Warte, ich probiere mal. Irgendwie bin ich da lang. 11. Ah. Ähm. Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Ah, ich weiß es jetzt. Ah, ausrüsten und zwar der Schlüssel. So. Kann ich da jetzt hin? Hm. Hm. Hm, 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 hm. Okay, ciao. Ah, der Schlüsselhahn ist gut. Oh, ist doch zum Haare rausreißen, ey. Gibt es hier was, wo ich holen kann? Nee, ne? Nee, ne? Okay, der 11 ist weg. Oh, ciao. Oh, da geht es nicht weiter. Also muss ich wieder mal. Mhm. 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 Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Ich habe lange genug darum gekämpft mit dem Scheißdreck jetzt. So. Mhm. Mhm. Komm. Aha. Okay. Okay, damit. Wie muss ich denn jetzt da von da kam ich? Mhm. Oh no. Extrem viel schneiden. Okay, ich werde das da in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.